Scheisse, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich gebe es gerne zu. Ja, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Semi und spiele heute Baba is You weiter. Ich habe hier diese erste Welt gefunden, die Unterwasserwelt und mein Hirn versucht so langsam sich an die Mechaniken dieses Spiels zu gewöhnen. Also, die Alge, die Algen, die killen mich. Dann Liebe ist Gewinnen. Okay, Space, wait. Okay, die bewegen sich so oder so. Ach ja, da steht Kecke, weil auch immer diese roten Dinger, das sind Kecke, die bewegen sich. Okay, die sind Move. Dann Liebe ist Gewinnen, aber auch Pushen. Und ich bin Baba. Okay, wie bewegen die sich? Einfach in einer geraden Linie und wenn wir hier uns treffen, passiert nichts. Okay. Achso, Liebe ist das Herz. Okay. Ja, ne, ich habe jetzt schon gedacht, Tierchen, Tierchen kommen zusammen. Problem ist gelöst. Ähm. Okay, die Algen sind tot. Das ist natürlich doof. Aber, vielleicht kann man die Algen auch verschieben. Oh, ups. Aha. Oh! Ja. Nein. Moment, jetzt warte ich mal. Lauf ist Push, das ist nicht gut. Weg damit. Jawohl. Jawohl, okay. Das heisst Push. Das heisst, äh, Push kommt vor der Stem gewinnen. Dann darf das Objekt, das die Wind Condition ist, darf nicht geschoben werden können, sonst schiebe ich das vor mir weg. Okay. So, Säulen... Platz. So. Säulen kann man schieben. Fahne ist Wind Condition, Wand ist Stop, Baba bin ich und der Stern ist, äh, ja, der Tod. Ja. Ein End haben wir nicht. Okay. Ich möchte nämlich... Ah, das ist der einzige Push hier bei der Säule. Aber wenn ich die auch schieben könnte. Was ist, wenn ich sage, man kann die Wand schieben? Schiebt sich über die Sterne drüber. Okay. Und ich nehme an, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin die Säule, ich sterbe genau gleich, weil das ist ja für den Stern definiert. Also ich werde instant sterben jetzt. Ah ne, ich habe ja mehrere Säulen. Stimmt, ich habe ja mehrere Säulen. Ähm, solange ich noch ne Säule habe, lebe ich noch. Ja, bringt mir aber auch nichts. Doch? Oh, scheisse, das war nicht gut. Äh, nein, ich kriege das nicht rüber. Ach, scheisse. Äh, wenn ich jetzt sagen könnte, Wall is you. Äh, aber ich kriege das nicht... Oh, ich kriege das runter, aber nicht so weit runter. Äh, ich kriege das nicht runter. Hä, hä, hä. Alken sind nichts, oder? Weil dann sage ich jetzt, ich schiebe das rüber. So. Jetzt... Äh, hä. Jetzt bin ich die Säule, wenn ich die zwei jetzt... Oh, scheisse. Jetzt ist ein Push im Weg. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. So, weg damit. So. Dann bin ich jetzt die Säulen und im nächsten Moment, wenn ich das jetzt runter schiebe, bin ich die Wand. Weiss nicht, ob das so gedacht war jetzt, aber... Okay. Das war doch was. Das war doch was. So. Brick Wall. Ohlala. Ohlala. Ähm, okay. Also, ich bin Baba, die Fahne ist die Gewinn-Condition und die Wand ist Stopp. Äh, ja gut. Bringt mir jetzt gar nichts, irgendwie. Ja, das war dumm. Immer wieder, ich weiss nicht wieso. Passiert mir immer wieder. So, jetzt bin ich die Fahne, bringt mir gar nichts. Nein, ich habe mich eingeschlossen. Ähm, wenn ich die Wind-Condition bin... Nein, scheisse, ja. Ich darf das nicht kaputt machen. Wenn ich die Wind-Condition bin... Bringt mir nichts. Moment. Vielleicht doch. Nein, das geht nicht. Schade. Äh, hä? Aber so viel kann man ja hier nicht tun. Also, ich bin... Ich und... Ich bin die Wind-Condition. So geht's. Okay, gut, ja. Ich muss beides sein. Äh, macht irgendwie Sinn. Was haben wir jetzt hier? Ein Punkt. Gibt's hier vielleicht jetzt eine Blume? Ein Maiglöckchen? Das war doch der Name der Blume, oder? Zwei Krebse sind da. Was sind die Krebse? Gar nichts. Oh, ups. Aber die Flagge ist tot. Die Flagge ist, ähm... besiegt zu werden. Ähm... Den Stein kann man schieben. Na gut, das bietet sich jetzt an, dass ich das hier reinschiebe. Dann haben wir zumindest... Aber dann komme ich jetzt natürlich an den Krebsen nicht mehr vorbei. Weil die Krebse sind jetzt auf tot. Ähm... Ach so. Ich kann jetzt aber hier den Felsen rausnehmen. Dann kriege ich den wieder. Was mache ich dann damit? Das war nichts. Haha... Wenn ich der Stein bin und dann da reingehe, das ist nicht so gut. Ähm... Aber ich kann sagen, ich kann den Stein wieder... ... in ein Schiebeobjekt verwandeln. Ähm... Oh! Moment. Ohlala, okay, das war komisch. Komm mal raus hier, ich brauche das Zeug hier, ich hoffe, ich habe genug Platz. Nein, ich habe nicht genug Platz. Geh du mal weg. Nein, ich habe nicht genug Platz. Ah, ach so, Moment, der geht im Moment durch den hindurch, ja. Stein kann geschoben werden, was passiert jetzt, wenn ich den Stein auf den Krebs schiebe? Gar nichts. Leider, das war Wunschdenken. Was ist, wenn ich sage, Baba bin nicht nur ich, sondern auch Push. Kann ich jetzt die Krebs schiebe? Nein, kann ich nicht. Och, Menno! Ich könnte aber sagen, es ist ausserdem noch so. Nein, das war nicht, was ich wollte. Moment, wieso? Ach so, das bin zwar ich, aber gleichzeitig ist es auch, okay. Und wenn ich mich in einen Stein verwandle? Ja, bin ich mir genauso wenig, dann bin ich auch tot. Ja, habe ich schon ausprobiert. Scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich gebe es gerne zu. Umgekehrt schreiben kann man auch nicht, oder? Dass ich jetzt hier zum Beispiel sage, so und dann... Ah ne, geht ja gar nicht. Oder hier zum Beispiel, Baba ist ne... Doch, das geht. Baba ist ne Krabbe. Baba ist ne Krabbe. Und Baba tötet mich. Aber ich kann jetzt hier nicht sagen, Push is you, oder? Nö. Ich bin komplett verwirrt jetzt gerade. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich komplett verwirrt. Was? Moment. Moment. Alter Schwede. Was? Ich kann nicht, wenn es Push is Wall heisst, kann ich die Wand nicht schieben. Nein. Okay, gut, haben wir das ausprobiert. Dann könnte ich sagen, okay, ich bin beides. Aber bringt mir ja auch nichts, weil es sind ja zwei Krebse da. Da mache ich den ersten weg. Oder auch nicht. Haha, ich bin zu Agro drauf. Aus irgendeinem Grund meine ich, ich kann das Zeugs zerstören. Ähm, okay. Ähm, okay. Ich bin gleich weit. Was? Wieso kriege ich den jetzt da rein? Wieso kriege ich den jetzt da rein? Wenn ich hier sage, Rock is Push. Und da habe ich vorne dran, habe ich die Texte. Wenn ich jetzt hier ganz hinten los stosse. Oha. Jetzt müssen wir nur noch Rock is You. Dann kann ich hier hinten stossen, dann geht der Stein rein. Aber da müsste ich ja nachher sagen können, Rock is You, damit ich mich in den Stein verwandeln kann. Aber das ist ja dann Baba is You und das Baba steht dann hier. Oder von mir aus auch hier und hier steht Is. Dann kann ich ja das nicht mehr mit dem Rock tauschen. Und man kann sie ja auch nicht irgendwie einfach kombinieren, dass man sagt, einfach alles ist... WTF? Okay. Jetzt habe ich zwei Babas. Lol. Und der Stein bleibt jetzt ein Baba. Hups. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Warte, Herr. Jetzt haben wir das Wobbling abgeschaltet. Jetzt habe ich die Musik nicht mehr in den Ohren. Geht doch alles auf den Keks hier. Kann man nicht nachdenken. Ich meine am Anfang, ich kann ja nichts anderes machen als... Na gut, ich kann hier rein, weil die Krebs sind am Anfang ja noch nicht scharf. Das bringt mir ja nichts. Dafür ist die Flagge tot. Ähm... Ich kann hier rein. Also wem es? Ich habe hier zu wenig Platz, um irgendwas rein oder raus zu bringen. Jetzt versuche ich hier irgendwas ra... Ah, ich bin so ein Vollidiot. Rockies Push ist jetzt nicht mehr aktiv. Das heisst, ich kann durch den Felsen durch. Ah, ups. Das heisst, ich kann durch den Felsen durch. Das heisst, ich bring die Dinge sehr wohl raus, ohne die Krebs scharf zu schalten. Was bringt mir das jetzt? Ähm... Ich könnte den Stein wieder zurückholen. Was vorhin ist, ich kann ja nicht hier rein und dann... Moment! Mit dem, was ich vorhin gelernt habe... Oh, ups. Mit dem, was ich vorhin gelernt habe... So... Jetzt fahre ich mit beiden rum. Moment, eins nach hinten. So... Jetzt lasse ich den... Oh, du... Oh, du... Oh, das sieht so aus, als würde es einfach nur schwieriger werden. Ein Punkt. Jetzt haben wir da zwei Punkte. Und habe ich jetzt so ein schönes Blümchen gekriegt? Nein. Wieder nur diese Pusteblume. Oh, meine Fresse, das Level sieht ja genauso aus, wie das von vorhin. Baba is you. Wally stop. Rock is push. Crab flag jelly is push. Ja. Also, es ist eigentlich genau dasselbe Level wie vorhin. Ausser eine Krabbe weniger. Dafür so ein Jellyfish. Das Problem ist jetzt, wenn ich hier reingehe So, jetzt komme ich nicht mehr rein ohne den Krebs scharf zu machen bringe ich mir irgendwas, ja danke, Musik ist die selbe Das ist jetzt wieder dieselbe Kacke hier Das ist echt wieder dieselbe Kacke wie vorher nur dass jetzt ein Krebs weniger da ist Ich muss hier aufhören, es gibt Anlässen und so Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen Ich sage schon mal, wenn es euch gefallen hat lasst so lange ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal, tschüss Okay, ich habe mal die Kamera für 5 Minuten ausgeschalten gehabt Und habt ihr eine Idee, kann ich, wenn ich jetzt Oh, scheisse, nein, so nicht Wenn ich jetzt hier, vielleicht sollte ich die Tastatur nicht neben dem Mikrofon halten Wenn ich jetzt so Rockies Push schreibe, kann ich den jetzt einmal pushen oder nicht? Ja, kann ich Ja, dann ist easy Dann ist easy, weil jetzt ist der Stein da drin und ich kann jetzt einfach Rockies Baba schreiben Puh Wieder eine Pusserblume und weiter rein geht es nicht mehr Okay Okay